Was schreit jetzt hier? Michael, was hast du? Ich hab dir einen großen Gefall getan, Jüngchen. Äh, Martin, Matasso, braucht Hilfe bei irgendwas. Er wollte dich. Ich hab noch... Äh, ich hab noch Treffer mit ins Boot geholt. Ähm... G-man... was steht da? Äh... Achso, gern geschehe. Gern geschehe. Was? Wir müssten... ...auf zu seiner... Mensch, in der Nähe der... ...so nahe wird. Äh... Okay. Ja. Wird mir das schon angezeigt auf der Karte? Wäre ich aber nicht. Nee, ne? Ja, okay, dann warten wir halt noch kurz, ne? So. So. Oder muss ich das mit Michael machen, oder so? Das kann ja durchaus sein, ne? Äh... Dann wechseln wir einfach mal zu Michael, oder? Oh, komm, wir wechseln wir zu Teufel nochmal. Vielleicht müssen wir das ja auch mit... ...einen von den anderen beiden machen. Ich weiß es nämlich gar nicht so genau jetzt. Hm... Aber es stand doch da! Ja, ich hab auch nicht so genau gelesen. So. Och! I hope it was a soft landing! Äh... 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 Aber... Ich glaube hier ist besser so gefliegen. So. Wie war es jetzt nochmal? Wie gehen wir nochmal rauf, runter? Das war so, okay. Das war so, okay. So da runter einfach nur, und so. Genau. Okay. Er ist wie gesagt schon echt ne Weile her, wo ich das letzte Mal gespielt hab. Deswegen... Gucken wir mal was noch hinkriegen, was hinzufliegen. Aber... Wenn ich jetzt schon so ein... Bisschen selbst, aber... Aber wenn ich den jetzt schon hab, dann behalte ich den aber auch. Ja. So. Wir fliegen ein bisschen über die Bär hier. Und genießen dabei die wunderbare Aussicht. Würde ich einfach mal sagen. Ja. Das muss man ja sagen, oder? Schön sieht's aus. So. Und das ist eigentlich auch unfassbar, was die Entwickler bestimmt hier auch überall versteckt haben oder eingebaut haben oder... ... Die einzelnen DIth ценungsworthkeiten, da ist bestimmt einige... Nm. mit die kann aber sein Uka, ist ja schon da, ist ja gleich da so, auch ziemlich flotter so, oder? Ist ja doch, oder? Da ist doch hier, siehste, wusste ich's doch. So, da runter landen los. So, ein Landeplatz, ein Landeplatz. Toll, siehste. Toll, wenn ich sie jetzt gar nicht hier abstelle, oder? Dann bleibt sie doch gar nicht hier, oder? Oh, krieg ich den irgendwie da rein? Ne, ne, komm, wir versuchen es mal. Ja, was? Ja, runter, 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 runter. Einfach nur stehen bleiben, ganz genau, ganz genau. Ich hab keine Ahnung, ob das überhaupt... Ich hoffe doch, dass das jetzt hier auch so bleiben wird. So, aber wir wollen das natürlich so. Hoffe ich doch mal, ne? Gut, dann jetzt neuen Wegpunkt setzen, würd ich mal sagen. Und zwar, ab dort hin, ist ja nur nicht weit weg hier. So, dann schauen wir mal. So, ja. Haben wir ein Auto? Auto, 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 hier haben wir ein Auto. So, mal mit dir. Oh. So, ja. Du hast ja schuld, Karma! Du hast ja schuld, Karma! Du hast ja schuld, Karma! Komm, komm, komm! Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst! Ja, ja, jetzt guckst du, ne? Aber, zack, 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 zack! Oh ja! Mit dir! Lappen! So, wie viel Kohle hat er eigentlich hier? Äh, 242.000. Ich hab grad überlegt. Was kostet denn da drüben, der? Der kostet 150.000, okay. Was kostet hier unten, der? Hm. 275.000. Hm. Ich werde jetzt überlegen, ob wir irgendwie vielleicht grad eben Immobilie kaufen mit Trevor. Wenn wir schon mal hier sind, dann würde er ja auch so ein bisschen Kohle verdienen, ne? Hm. Ja, komm, machen wir eben gerade mal schnell. Warum nicht? Warum nicht, ja? Aber erst mal muss er die Musik natürlich ausmachen, versteht sich? So. So. Das machen wir eben fix, und dann fahren wir runter zu Michael. So. Das ist ja ein großes Ding. Ich... 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 Ich war jetzt nicht ganz sicher, ob wir vielleicht den Schrottplatz kaufen sollten, aber ich glaube, hier in dem... Ähm... Flug... Feld da ist das auch nicht so verkehrt. So. Aber ein schöneres Auto wäre besser. So. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. umba-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- mit einem kleinen Umweg über ein Fragezeichen. Mein Gott, Junge, kannst du nicht aufpassen, wo du fährst. So. Wir kennen das Flugfeld. Was ist das? Flugzeug? Ja. So, das Kaffee. Fink, 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 fink. Raus mit dir. So. Hopp, hopp. Hin. Kaffee. Ja. Das ist Mexikaner. Also, jemand hat es. Oh, ja. Sie brauchen gunst, Bro. So many gunst. Glücklich für uns. Sie sind hier schnell abgeholt. Ja, das ist unsere Freiheit. Für den Welt. Sie sind Amerikaner? Mann. Ich wusste gar nicht. Ich weiß nicht. Ja. Das wird für uns für die beiden. Aber die Erwartung ist schwer. Um zu kontrollieren, das Markt zu kontrollieren, müssen wir die Supply zu kontrollieren. Hier. Wir haben ein paar lokale Kontrakte, um zu helfen, also diese Flugzeuge ist mit ihren Anwendungen. Wir machen ein paar Jobs, wir kommen hier zurück. Sie sagen, dass die Amerikaner in die Welt ist, aber wir und ich, wir haben eine gute Exportstelle. Ah, okay. Ich werde die Radioman, das ist großartig. Schön. Ja. Ich weiß nicht, dass ich die gekauft habe. So. Dann gehen wir mit dem. Da. wir machen jetzt natürlich nichts davon. Denn ich will nur mein Auto. Warum steht das da? Ja. Schmuggler-Missionen machen wir mal irgendwann anders. Nicht jetzt. So. Radios aus, ja? Ja, ja. Ich traue den Frieden, nehme ich nie. So. Gerade dabei. So. Jetzt machen wir dorthin mit kleinen Abstecher über hier. So. Ja. 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 Ich komme auch hier raus. So. Haben wir einfach mal. Das Flugfeld gekauft, ist auch nicht verkehrt. So. In der Schmuggler-Mission kann man auch noch ein bisschen Kohle verdienen und dann können wir noch mit später noch den Schottplatz kaufen mit. Trevor. Weil sonst so viel mehr hat der, glaube ich, gar nicht, ne? So. Außer den Golfplatz, den er auch kaufen kann. So. So. 150 Millionen oder sowas, ne? So. Ding, 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 ding. Ah, die ist so langsam die Möhre hier, ne? Was schlimm ist das? Boah. Ganz da. Was? Oh, ja. Ja. Ach komm. Es steigt wieder ein, oder? Bleib locker. Oh, ich stehe doch vor Angst. Soll ich mal anhalten? So. Hm. Ich bin mal gespannt. Ich vermute ja mal, dass das die... äh, mit diesem Krationsfürchtigen sein könnte. Aber ich weiß es nicht genau. Das ist die, glaube ich, ne? Nein. Ja, genau. Da bist du, Handsome. Na, wie bist du? Oh, einfach wunderschön. Und du? Quite das gleiche. Da bist du? Wie bist du zwischen Joyfurt und Peachy. Selbst in dieser Welt, voll von schmisch und Detritus, ist es nur richtig, dass wir alle unsere Lesung haben. Das ist ja echt. Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maude, and the rigorous administration of justice is, uh, it's one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Okay, that's not a problem. So. Aha, let's go back. I'll send him the data, because I think I know where he could stick. Maybe I'm going to think about it, that he's there. At least, he's on the PlayStation 3. Okay, let's go back to Laferro Blanco to come. Oh, 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 oh. Okay. Schick mir mal die Daten. Hm? Da können wir auch gerade vorbeifahren. Ich glaube es ist hier irgendwo. Das würde ich jetzt mal so tippen. Ich mache einfach erstmal den Wegpunkt. Nach dort. Und dann passt das. Vielleicht kommt bis dahin die Nachricht. Von der lieben netten Frau. Von eben. Da. Dieser kleine Prinzessin. Und dann kommt das. So. Du kennst aber auch Leute. Man überholt aber nicht rechts. Ach Quatsch. Wer sagt denn sowas? Oder soll ich da einfach mal vorbeifahren? Und hoffen, dass er vielleicht schon dort ist? Hm. Könnte man natürlich tun. Ich glaube das machen wir vielleicht auch mal. Einfach mal so. Ich hoffe es ist hier gewesen. So. Testen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Also jetzt hier die Autobahn verlassen. Ja. Gut. Oh. Was war das denn? So. Das war ja auch ein Tier. Ja ich weiß. Aber was für eins. So. Ach. Ach komm lass mich in Ruhe. Die nerven alle. Sinds also nichts weiter als wie langsam. Hier. Langfahren. Vernünftig. Ja. Oh. Entschuldigung. Hm. Ah ja. Hier haben wir es noch. Wie lach ich jetzt? Tja. Ich wurde auch informiert, dass dieses. Äh. Gestraubete sich beim Steinbruch versteckt. Äh. Achso. Ja. Also ist es dann an der selben Stelle wie auf der Playstation 3. Gut. Soll ich jetzt nicht irgendwie da runterkommen? Mal. Mal. An diesem Lkw vorbei. Versteht sie? Mal. 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 So, schauen wir, ob er hier irgendwo ist. Oder bin ich jetzt auch zu früh hier gewesen? Aber da ist doch der Steinbruch, oder? Aber wo kann der hier bloß sein? Der Bahnhof auf jeden Fall nicht. Also wo ist der bloß? Wo ist denn der Spacken? Ist er da weiter unten? Komm, renn einfach mal runter. Ist er es vielleicht? Ne, das ist es nicht. Hm, hm 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 hm. Ach Gott, ich will nicht noch mal aus dem Gebiet rausfahren. Noch mal hinfahren. Ne, das will ich nicht. Was ist denn los? Ja, mit der Karte. Ah, warte mal, da könnte er auch hier sein. Ja, genau. So, pass mal auf einmal rüber zum Auto. Das geht natürlich jetzt auch noch. Ah, ich bin an der falschen Stelle bestimmt. Ich bin an der falschen Stelle von dem Steinbruch. Ah. bestimmt irgendwo mich überhaupt hier runter mit schilder total falsch gefahren pass mal auf Oder? Ja, sehr wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich einmal im Kreis gefahren. So, ist er da irgendwo? Gucken wir mal. So, raus mit dir. So. Ja. Okay, sehr schön. Komm mit. Wir nehmen auch... Ach komm, wir nehmen den hier. Komm mit. Los. Einsteigen. Oh Junge, der spurt aber auch, ne? So. Sehr schön. Ja klar, wir müssen uns selber stellen, tödlich. Ich kann das. Ich bin ein dedikateter Servant der Justiz. Ich kann das nicht genau. So. Ding, 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 ding. So. 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 ähm, okay, und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's so